Liebe, was ist das Liebe? Wenn meine Hand deine umschließt, wenn mein Blick deine Augen küsst, wenn du es lange nicht erkennst, weil du an etwas anderes denkst, ist das Liebe? Was ist das Liebe? Wenn Eifersucht dein Herz fast bricht und ich so tu, als merk ich's nicht, wenn wegen nichts ein Streit entspringt und sogar fast das Ende bringt, ist das Liebe? Was ist das Liebe? Die Sekunde, die dir den Atem nimmt, die Minute, die dich zum Schweigen bringt, eine Stunde, wo dir dein Mund enthüllt, dass du nur das sagst, was du wirklich fühlst. Wenn wir uns täglich sehen seit Jahren und merken, dass wir Fremde waren, wenn wir dann weinen wie ein Kind, dem man sein Lieblingsspielzeug nimmt, ist das Liebe? Was ist das Liebe? Die Sekunde, die dir den Atem nimmt, die Minute, die dich zum Schweigen bringt, eine Stunde, wo dir dein Mund enthüllt, dass du nur das sagst, was du wirklich fühlst. Ein Tag, der deinen Namen trägt und meinen, ein Jahr, das Pläne schmiedet und doch keinen, ein Leben, das für uns nur Hoffnung blieb, wie Namen, die man in die Bäume schrieb. Ist das Liebe? Was ist das Liebe? Liebe, was ist das Liebe? Liebe, was ist das Liebe? Untertitelung des ZDF, 2020